Digitale Assistenten sind eine Form von künstliche Intelligenz, die auf einen speziellen Anwendungsbereich zugeschnitten ist. Es handelt sich um Software, die auf mobilen oder stationären Endgeräten installiert wird, die mit betrieblichen Informationssystemen verbunden sind und so komplexe Aufgaben erfüllt werden können. Zusätzlich kann der Assistent mit dem Internet verbunden sein, um einen höheren Grad an Vernetzung zu erreichen. Schauen wir uns einmal die Vorteile an die digitale Assistenten für Mitarbeitende in der Produktion bieten. Ein wesentlicher Vorteil ist die intuitive und schnelle Bereitstellung von Informationen mithilfe der Sprache, beispielsweise um den Zustand von Maschinen und Anlagen auszulesen oder zur Produktverfolgung. Ein anderer Vorteil ist, dass Informationen über Ereignisse bereitgestellt werden können, auf die dann direkt reagiert werden kann. Abschließend können digitale Assistenten auch dabei helfen, individuell zu unterstützen, während Mitarbeiter ihre Aufgaben erledigen. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn es sich um neue Mitarbeiter handelt, die zusätzliche Informationen zur Bewältigung von Aufgaben benötigen. Schauen wir uns einmal an, wie ein digitaler Assistent funktioniert. Wir haben ja ein Beispiel aus der Qualitätskontrolle der Mikrowellenfertigung, wo anhand einer Mikrowelle über 50 Einzelschritte durchgeführt werden. Die Mitarbeiter werden dabei durch einen digitalen Assistenten unterstützt. Der Assistent ist auf einem Tablet installiert, das mithilfe der Sprache bedient wird, sogar durch eine Maske hindurch oder in lauten Umgebungen. Meine Kollegin Inder wird das am Beispiel dieser defekten Mikrowelle einmal demonstrieren. Hello Koala. What can I do? Start the checklist. Please use your app to scan the items QR code. What is your expertise level? Please say expert, intermediate, or novice. Expert. The first component in the checklist is instruction for use to focus on labels. The objective is to have right labels, good printing quality. When Ihnen bei diesen vielen Möglichkeiten noch nicht ganz klar ist, wie ein digitaler Assistent Ihr Unternehmen unterstützen kann, dann ist das kein Problem. Wir setzen uns gerne mit Ihnen zusammen und entwickeln eine individuelle Lösung. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie.